1, 2, 3. Machen wir eine Probe. 1, 2, 3. Gleich. Linkshänder immer gleich. Und dann immer weiter. 1, 2, 3 bis einer gewinnt. Gut. Ja. Ready? Ja. 1, 2, 3. Beim letzten. 1, 0. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 1. Nein. 2, 1. Was ich muss denken? Wie denkt der? Na scheiße. Danke. Heute kannst du gewinnen. Ist okay.